Musik Nass, nasser Freitag. Es hat sich eingeregnet in der Region Neckaralp. Den ganzen Tag über fallen die Tropfen vom wolkenverhangenen Himmel. Regenpausen sind nur wenige kurze in Sicht. Bei maximalen 7 Grad bleibt es kühl, dafür lässt der Sturm wieder nach. Die Nachtwerte ähneln den Tagestemperaturen. Nach einem überwiegend trockenen Vormittag wird der Samstag bei Höchstwerten von 8 Grad ähnlich niederschlagsreich wie der Freitag. Am Sonntag regnet es zur Abwechslung mal etwas weniger und ein seltener Gast schaut vorbei, die Sonne. Vermutlich ist dieser Besuch dem stürmischen Wind zu verdanken, der die dichten Wolken davon bläst. 14 Grad zeigt das Thermometer dazu. Wie die alte Woche endet, gestaltet sich auch der Start in die neue. Sonne und Wind dominieren das Wettergeschehen. Gegen Montagabend kommt der Regen wieder.